Und damit willkommen zurück zum Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online Service. Dem Service, in dem ihr monatlich immer wieder neue Spiele bekommt. Ja, ah, mittlerweile ja nicht mehr, verdammt. In dem ihr in unregelmäßigen Abständen neue Spiele bekommt, aber wo schon einige Spiele jetzt schon vorgestellt worden sind. Wir sind jetzt hier bei der 18. Folge und heute geht es um das Spiel Breath of Fire von Square Soft. Moment, hier steht Capcom. Hm, nun gut, jetzt bin ich da ein bisschen am Rätseln. Wer ist jetzt dafür zuständig, Capcom oder Squaresoft? Breath of Fire wurde von Capcom entwickelt und hält ein paar geschickte versteckte Charaktere, Cameos. Man muss nur wissen, wo man danach suchen muss. Hä? Da steht Squaresoft. Schauen wir uns das ganz einfach mal an. Okay, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ah, okay. Mhm. Also in Zusammenarbeit Squaresoft, Capcom und Nintendo. Breath of Fire. Press Start. Okay. Game Start. New Game. Ist das? Nee. Was? Ich kann nur Games New Game. Okay. Dann machen wir das so. Na, wie viele Buchstaben dürfen wir verwenden? Ups. Ja, lassen wir das so kommen. Wir probieren es gar nicht erst. Das sieht nämlich nicht aus, als ob da noch ein P-L-A-Y hinpassen würde. Key-Konfiguration. What? Choose Key A. B. Cancel. Okay. 2-Key. Configuration. Ja. Ah. Okay. Y-Items. Hm. Ja, Items. X. Quip. Äh. Magic. Status. Darf ich jetzt weiter? Ja, ich hab doch hier schon. Okay. Mit Minus kommt man raus. Game Start. Wie immer werde ich das nicht übersetzen. Wake up, warrior. Disaster has struck. We need the power of the dragon. Es gibt überhaupt keinen Sinn, die Position des Feustes, aber egal. You will perish, if you don't wake up. The village is engulfed in flames. Everything is burning. We must go. Yay. Und da kann ich mich bewegen. Open the chest. You take V-P-T-N. What? Was ist V-P-T-N? Und ich muss dem Typen anscheinend folgen. I'll stop this fire. Radar. De Cabra. Kohos. Kuspo. Danke. My magic was once strong, but at my age, I can barely dose this fire. So, was haben wir hier? Können wir den Schrank auch öffnen? Nö. Kann ich hier irgendwas mit der Blume machen? Nö. Nö, nö. Folgeteam. This building is safe from the flames for the time being. Eh, what? We don't know what caused the fire. Luckily, the people here are safe. The fire is so intense. It doesn't seem natural. Okay. Let's go. Esmer's magic will hold the flames long enough for us to escape. We walk up surrounded by flames. What have we done to deserve this? We walk up surrounded by flames. What have we done to deserve this? Ja, ist in Ordnung. This building is safe from the flames. But for how long? I don't know. Ah, danke. Our faith is in Sarah. Her magic will keep us safe. Oh, the humanity. This is horrible. Eh? The Dark Dragons are outside of the village. We are surrounded. The Dark Dragons family is scheming against the other dragon families. I hear that Zog, the Dark Dragon King, vowed to conquer the world. And his first target is the light dragons. Also, Zog, der Anführer der dunklen Drachen, möchte halt die Lichtdrachen anscheinend vernichten. Und Zog ist halt ein böser Narr. Warum versuchen sie euch wohl zu zerstören? Das Böse will immer das Gute auslöschen. Zog fears us. He doesn't know that we've lost the power of the dragon. Oh. Also, wir haben nicht mehr die Kraft des Drachen. Okay. I won't sit by while they attack us. I say we act now. If we can't escape, there is only one thing to do. Fight. I will. I must use my magic against the forces of evil. Let's go. Wait. We are too weak. Our group will be devastated by their powerful army. We can't give up. Let's show them the spirit of the dragon. Come on, Sarah. Let's go. No. I must do my part on my own. Was? Ähm. Was macht sie? What have you done? I've turned him to stone so that the fire will not affect him. Remember our mission as members of the light dragon. Stone or not? They'll still find us. Ähm. Ja, nee. Ist klar. No. Why does it have to be you? We've suffered enough. I'll take care of the dark dragon. Be strong. When you are a warrior, you will bring peace to the world. Take care. May the power of the light dragons prevail. Quail. Scheint ein Rollenspiel zu sein. I'll try to distract the dark dragons. Weil, ähm. Wo sonst gibt es so viel Text am Anfang. Hey, someone there? Oh. Sie sehen ja deutlich aus. She has the power of the dragon. Take her to the commander. Ja. Schön. We'll search the area later. We must take care of her now. Doop-de-doop-de-doop-de-doop-de-doop-de-do. Sir, we've captured a light dragon. You set fire to our peaceful community. What do you gain from this? She has a point. My orders were to eliminate all light dragons. I always follow orders. I'm just doing my job. Please don't blame me. Our village has been destroyed. Wow, you're strong. Come on. I can't let you interfere with the dog's plans. Nothing personal. We will stop you. I don't think so. We have the goddess keys. The goddess keys? You're a pretty good scrapper. Too bad you're on the wrong side. Don't come any closer. What will you do with Tyre, the goddess? It's all over. Take this slime. You didn't even flinch. Come on. Is that all you've got? Is that all you've got? Dachte ich mir schon, dass irgendwie sowas kommt. Der Kampf wird gar nicht weiterverfolgt. Was ist das denn? When the dragon family, or at the peak of its power, a goddess of desire appeared, the goddess, Tyre, granted wishes. The dragons fought each other for her power. Tyre encouraged the fighting and watched the war between the dragons escalate. When the world was at the brink of destruction, a warrior stepped forward. The warrior battled Tyre with his seven companions and locked her up using six keys. The goddess keys were scattered throughout the world and hidden away. The light dragons balanced the power of the family and peace reigned again. big night, hm? Okay, wir stehen da immer noch in Stein. Oh. Ist die Steinphase vorbei? Auch schön. What's going on? What happened to Sarah? Sarah saved us. Chief, don't you think, that we should fight for Sarah? Woher wissen Sie, dass Sarah sie gerettet hat? We re-announced the dragons. Their battles aren't ours. We must fight for Sarah and the pride of the light dragons. We must think of survival. Soon this place will be in ruins. The warrior of the dragon is only a myth. We must escape now. I know that I should try to stop you, Cho, but I can't. Take this. It's not much, but you can use it for equipment. Wow. Und? 300 Gold Perks. Keine Ahnung, GP. Gold Punkte. Geld Punkte. Oh, wir haben eine Overworld. Ja, wir laufen einfach mal los. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, aber da dürfen wir nichts machen. Ah. Ah, schön. Jetzt haben wir eigentlich mal hier ein bisschen was zum Spiel. Also, Angriff. Verteidigung. Flüchten. Keine Ahnung. Ne, das ist Verteidigen. Magie. Gegenstand. Wow. Genau. All auf mich. Was? Wie soll ich denn das überleben? Ah, ist klar. Ich bin doch gleich schon down. Oh, einer weniger. Can't use this special power. Okay. V-PTN bringt mich auch nicht weiter. Das ST. You can't replace this character. Was ist A, B? Oh. The party has fallen. Take your time and you will succeed. Äh, ja. Moin. Was war das denn? Bitteschön, gerade. Da wird man von drei Gegner angegriffen. Stirb gleich erstmal. Bumm, weg. Was? Wenn so ein Spiel losgeht, da freut man sich doch. Ja, einer ist doch in Ordnung. Warum nicht gleich so? Ein Erfahrungspunkt und vier Goldpunkte. Eine Güte. Aber drei Stück gleichzeitig ist echt... Ja, genau. Zwei. Hula. Au. Aber jetzt mal meine Frage, wie soll ich denn da... Wie soll ich denn das schaffen dann? Guckt euch, das meine ich noch fast schon wieder tot. Wow. Hauen wir da. Your vigor will increase. Ah, ich hab gar keine Magie. Acht Erfahrungspunkte und dann krieg ich ein Level ab. Und so lange soll ich jetzt überleben mit den paar Lebenspunkten, die ich habe. Nein, ernsthaft falsch. Hät oben lang gemusst. Ja, geil. Ja, den krieg ich jedenfalls schnell down, aber... Ja, down. Ja, das ist... Was? Ich meine, wenn man so ein Spiel echt so anfängt, da kriegt... Ah. Innen kann ich nicht, ne? Ne. Ist hier oben noch irgendwas, wo ich was holen kann? Ach so, da. Ah, was haben wir denn da? Only these items remains. Do you need anything? Ach, guck hier an. Hier dazu auch Infos. Herb. Herb. Apple live. Pure. Herb. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was das sein soll. So, hoffen wir ihn kriegen wir jetzt hier mal ein bisschen. Saber. Dirk. Was ist Dirk? Close. Man kriegt hier gar keine Infos. Ja, Dirk. Attack Power 5. Wait. Zero. One-handed. Who can equip? Use it. Und Saber. Ach, das wollte ich doch nicht. Close. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich anhabe. Aber gut. Dann holen wir uns mal einen Dirk. Das kann ich nicht tragen, aber das da oben kann ich alles tragen. Dann holen wir uns einen Dirk. Ach so. Ja, jetzt. Ist man natürlich im Fragezeichenmodus. Dann holen wir uns einen Dirk und einen Cloth. So, mal gucken. Weapon Dirk. Close. Das Büro begibt mir mehr. Haha, umsonst gekauft. Toll. Super. Sachen gekauft, die umsonst waren. Ja. Na, komm. Dann können wir uns jetzt nochmal informieren, was jetzt die anderen Sachen sind. So. You can travel while avoiding enemies with this item. Und Herb. This item recovers some HP. Also, HP bekommen wir durch Herb wieder. Dann sollte ich mir mal doch ein paar Herb holen. Weiß wir jetzt nicht wie viel, aber egal. Aber schön, dass es hier gar keinen Rabatt gibt, habe ich gerade mal so gesehen. Ist akzeptabel. Ist akzeptabel. Gibt's halt keinen Rabatt. Also, auf ein neues hier. Oh, so weit bist du aber noch gar nicht gekommen. Ja, ich hab's gemerkt. So. Also, jetzt machen wir die nochmal platt. Lass mich nochmal zuerst angreifen. Ah, jetzt hab ich Level 2. HP 4. Angriffspunkte 4. Stärke ab 1. Vigo ab 3. Was auch immer Vigo ist. Agility ab 4. Und Rhythm ab 2. Luck ab 3. Äh, pff. Das muss man ja alles jetzt separat hier auflisten, ne? Aber hey. Wir machen jetzt mehr Schaden. Das ist doch schon mal viel wert. Und natürlich muss nochmal ein Angriff vorher kommen. Lagen wir jetzt einen jedenfalls mit einem Schlagplatz, oder? Oh, 2 und 1 Schaden. Das ist schon mal schön. Ah, aber fast. Schön ist auch, dass wenn man stirbt, man seine Erfahrungspunkte behält. Man verliert anscheinend aber Gold. So, dann kann ich jetzt gleich auch mal gucken. 7 Erfahrungspunkte. 10 Goldpunkte. Ähm. Können wir auch gleich mal einsetzen. So, 12 und... Ah, einmal Herb einsetzen. Wunderbar. Das bringt uns auch gleich schon wieder zu frischem Leben. Oh mein Gott. Hier, das Dorf wurde auch ausgeraubt. The Dark Dragon Family destroyed my Kingdom. I must now rebuild. I don't fear the Dark Dragons. Okay, gut. Äh, darf ich dran vorbei? Und mal in das Haus rein? Oh. Der König steht draußen und ich gehe einfach mal in sein Schloss rein. Kann man ja machen. Oh. Oh, hier gibt's... Hier gibt's Truhen. Uh. Moment. So war das jetzt nicht vereinbart. Oh, 22 Schaden. Oh, der macht aber 3 Schaden. Also, eigentlich ist das hier der erste Dungeon. Wenn wir mal ehrlich sind. Und ich darf jedenfalls zuerst angreifen. Das finde ich schon mal gut. Ja, Level 3. Ja, langsam wird's, ja. Monster Left Herb. Oh. Das würde mich mal interessieren, wenn man hochlevelt, bekommt man nicht seine volle Energie. Das ist nicht typisch Rollenspiel. Square. Capcom. Whatever. Throw drinks the clean water. Ah. Okay. Hier können wir also unser Wasser... Vorrat auffüllen. Ach, unsere HP auffüllen. Da unten sind zwei Kisten. Ernsthaft? Soll ich dem trauen? Wow. Das darf der zuerst angreifen und nicht ich. Aber egal. 70. 70. Aber bevor ich jetzt wieder in den nächsten Kampf gehe... sehr komisches... Interface, was man hier benutzt. Ah, verdammt. Ich hätte... Ja, okay, gut. Ich hätte aber... Ne, habe ich dann doch nicht. Aber es lohnt sich jetzt dann jedenfalls. Wenn ich den dann platt gemacht habe. So viel Schaden. Ich hätte gerne bessere Ausrüstung. Die HP ist completely recovered. Oh, ich kann hier gar nichts machen. Ein Gloom. Acht Schaden? Geht's noch? Komm. Einmal auf... Achso, da geht's... Da geht eine Treppe runter. Ah, okay. Ich hätte jetzt zurückspulen können. Dann hätte ich das auch erledigt. Ich glaube, da war... Ich benutze diesmal nicht die Rückspulfunktion. Ah, ist klar. Ich muss natürlich von der anderen Seite bei der Treppe kommen, ne? Uh. Kommen wir da rein? Ist klar, dass wir diese Treppe... Äh, die Tür so aufmachen. Ach. Iiii, zwei Gegner. Peebuck. Poison. Iiii. Ich frage mich, ob das Poison bestehen bleibt, wenn man aus dem Kampf geht. Ah, Level 4. Ja. Nein. Natürlich nicht. Und ich habe nichts dabei, um das, glaube ich, zu verwenden. Ne, ich habe nichts dabei, um das, äh... Vergiftung aufzuhalten. Na, jeden Schritt, den ich jetzt gehe, werde ich sterben. Oh mein Gott, Leute. Ich werde sowas von sterben. Wenn ich jetzt nicht gleich Gegengift finde. Gourmet. Ah, schön. Gourmet. Oh. Ja, das nehme ich doch mal. Die Frage ist, wie lange bleibt die Vergiftung? Wird die auch irgendwann aufhören? Mal gucken. Das ist so geil. Ich sterbe an einer Vergiftung. Das ist umständlich in diesem Menü. Komm, ich bin jetzt wieder oben auf. Wer hat denn das Spiel damals gespielt? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wer einer der Spieler ist, der dieses Spiel gespielt hat. Würde mich ja mal interessieren. Problem habe ich noch. 16. Sollte noch bis da vorne reichen. Super. Wieder nichts Tolles bekommen. Alter, was ist das? Defense Power. Ah. Can equip, use it, throw. Okay. Da ist also was zum Ausrüsten. Oh. Anstelle der Robe. Mehr Verteidigung. Okay. Ich weiß jetzt schon, ich werde sowas von leer mit drauf gehen. Das ist auch das längste Let's Show, was wir jetzt bisher hatten. Wieder nur Herb. Visor. Was ist denn Visor? Nein. Nochmal mehr. Oh, und, äh, ja. Oh, verdammt. Marble, wirklich länger. Aha, ich will nicht. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt war ich bei 9, ne? Ah, was ist das? Hm. Ja, was denkt ihr? Wie werde ich sterben? 15 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, na komm, 16 nehmen wir auch noch. Äh. Was, das war ne Falle? Ja toll, meine ganzen HPs sind wieder... Na, olle, olle. Super, jetzt habe ich irgendwas verloren. AP. So, 21. 20. Ah. Oh, meia. Selbst ein Level-Up würde mich jetzt nicht retten. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puh. Aber was ist Ant? Halt, stopp. Was ist Ant? This works as an Anti... Oh, boah. Oh, 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 oh. Ja, ja. Gegen Gift. Oh, danke. Oh, wir haben es überlebt, Leute. Hätte ich auch da vorher noch überleben können, aber egal. You have no reason to be in my castle. Hero, grow, get out. Slime-less human. You think you can drive me out? Go ahead, try. So, und das ist dann der erste Bosskampf, anscheinend. Wow. Die gute Nachricht ist... Wir sehen den ersten Boss. Die schlechte Nachricht ist... Ich habe keine Herbs mehr, um zu überleben. Das heißt, wir werden jetzt also kläglich untergehen, obwohl wir echt gut Schaden machen. Aber er macht den besseren Schaden. Aber schön finde ich, hier ist das Detail, dass man hier schon erkennt, dass er schon fast zugrunde geht. Kann ich Run wählen? Oh, daneben. War klar. Ich wäre sowieso... The party has fallen. Welche Party? So, jetzt sind wir hier zurück. Äh, ja. Und wir haben immer noch Level 4. Haben da auch unser Gold verloren. Aber wir sind wieder genau hier. Gut, liebe Leute. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Breath of Fire haltet. Es kommt dann irgendwann noch der zweite Teil. Der wird dann entsprechend auch nochmal wahrscheinlich genauso starten und enden. Ich bedanke mich trotz alledem ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.